nutzen Sie. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. 3. Entfernen Sie das Bremssattel und die Prennachlangen zu fangen. Benutzen Sie einen Drehmomentschlüssel. 4. Befestigen Sie die Leitere gremienste Bremssattel. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. 5. Schrauben Sie die Kanton all die Schrauben. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. 6. Schrauben Sie die Schrauben auf den Öl und die Schrauben auf den Öl zerfangen. Sie verbundenen ist. 15. Schrauben Sie die Prennachländer und die Schrauben bei der Schrauben einbraten. 5. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. AUTODOC empfiehlt, was sichern Sie? 6. Rrechen Sie das Rad in der Bremssattel. 7. Drahtbürste aus der Bremsenbewegung der Bremsen und Azure-Cuidrautung. AUTODOC empfiehlt, wenn Sie die Bremssattel am Settbewerb unterliegen, so etwas ist. AUTODOC empfiehlt, entgeleula an den Bremssattel und Öl-Koment etwas zu fücheln. 8. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. 9. Befüllen Sie die Bremssattel an der Bremssattel-Festige Anwenden Sie den Rundfoment fest. 12. Entfernen Sie die Bremssattelbücher. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 13. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. 25. Schrauben Sie die Bremsbremsen auf die Schraubchen und die Bremsscheibe zu erledigen. 26. Setzen Sie den Bremsschein. 45. Rösen Sie das Befestigungselement an. 45. Reinigen Sie die Vähle an den Bremssattel. 46. Schrauben Sie die Ausdämpferung an. 47. Reinigen Sie die Bremssattel. 48. Reinigen Sie die Bremssattel. 45. Entfernen Sie eine Bremssattel. 48. Reinigen Sie die Bremssattel. Inhalte die Bremssattel am Karten. 45. Reinigen Sie die Bremssattel. Bis zum nächsten Mal.